Nach dem überraschenden Ehe aus vergangenen Sommer mit seiner Justine, 28, hat Ex-Jung-König Joey Heimle, 25, wieder eine neue Frau an seiner Seite. Und die Glückliche scheint keine Unbekannte zu sein. Das spricht dafür, dass die beiden ein Paar sind. Es schien alles so perfekt, Joey Heimle und seine geliebte Justine. Ganz im Zeichen der Liebe wurden verliebte Blicke ausgetauscht, geturtelt und sogar geheiratet. Im Sommer vergangenen Jahres dann die überraschende Meldung über eine Trennung des Ex-Jungel-Königs und der 28-Jährigen. Aber das soll jetzt alles Geschichte sein. Sänger und Entertainer Joey schwebt wieder auf Wolke 7 und ist glücklich vergeben. Das zeigt zumindest sein neuster Post auf Instagram, der 25-Jährige hält liebevoll die Hand einer Frau, die im schicken Sommer-Outfit gekleidet ist. Als Bildunterschrift ist nur ein rotes Herz zu sehen. Während bereits Spekulationen um die bisher unbekannte Frau aufkamen, lüftet Joey selbst das Geheimnis und markiert seine Liebste. Und dabei soll sie gar keine Unbekannte sein, zumindest im Eissport. Bei Chalys neuer Liebe handelt es sich um die Eiskunstläuferin Ramona Elsanö. Die 27-Jährige Schweizerin pustet das Bild zeitgleich auf ihrem Instagram-Profil. Ein gemeinsamer Freund erzählt gegenüber Boulevard, dass die beiden schon länger ein Paar seien, doch die Beziehung bisher noch geheim halten wollten, und auch die Fans des Musikers freuen sich mit den beiden Tourteltauben und beglückwünschen das verliebte Paar in den Kommentaren, und was sagst du zum neuen Liebesglück von Joey Heintle? Gib deine Stimme in unserem Voting unten ab! Gib deine Stimme in unserem Voting unten ab!